Es ist ein Unikat, also ganz, ganz vorsichtig. Weiß auf weiß. Da muss man sich erstmal drauf einlassen. Ja. Was siehst du? Erst eine leere, aber danach eine überfülle. Siehst du rot, siehst du grün, siehst du blau. Es ist alles drin, es ist alles da. Die sogenannte Komplementärmalerei. Wenn man mit sich gegenseitig aufhebenden Farben arbeitet und sie ganz tief in den Bildhintergrund einarbeitet. Aber es ist irgendwie so eine Reflexion. Im Grunde habt ihr alles verstanden.